Eigentlich war dies eine ganz normale Musikvideoproduktion des Musikers Marc Simon. Mit dabei ein wunderschönes Piano. Die Christmas Edition von Johnny Depp scheint jedoch so heiß zu sein, dass sich der Musiker fast die Finger verbrannt hätte. Denn plötzlich steht das ganze Klavier in Flammen. Stand natürlich alles so im Drehbuch, trotzdem ziemlich heiße Nummer. Die Videoproduzenten von FacemovieTV haben sie auf jeden Fall nicht die Finger daran verbrannt, denn die Feuerwehr stand natürlich während der Dreharbeiten die ganze Zeit parat. Als die letzten Töne dann gespielt waren, hieß es Wasser Marsch. So werden heiße Weihnachtssongs gemacht. Das war's. Das war's. Das war's.